So, und da sind wir wieder, mitten im Sprung. Auf dem Weg nach 70 Uppu-Chuchi. Und wir stellen unser Alkohol-Monopol endlich mal auf. Ich muss wieder scannen. Ich habe jetzt gar nicht gescannen. Ich sollte jetzt nochmal scannen. Konsole links. Wiese. Verlassen. Yes. Nächstes System heißt Wiese oder irgendwas. Ja. Das Schiff synchronisiert für den Sprung in das ausgewählte System. Okay, Commander. Ich hoffe, dass wir in diesem System mehr Glück haben als im alten. Ja, aber was? Ich wollte gar kein Glück hier haben. Ich wollte hier durchreisen. Glück? Ja, mein Typ im Frachtraum labert mich wieder voll. Weißt du, der Kerl, den ich da eingesperrt habe? Der sollte mich eigentlich belustigen. Macht er nicht. Penner. Penner-Loli. Ja, aber dafür wünscht er dir Glück, oder wie? Ja, er hofft, dass wir im nächsten Sternensystem mehr Glück haben. Ich wollte aber gar kein Glück haben. Auch eine seltene Ware. Du bist gerade hier bei mir reingesprungen. Lustig. Ja. Konsole links. Konsole links. Könnte ich den ganzen Tag machen. Verlassen. Ich hoffe, wir kommen mit dem Treibstoff hin. Klar. Wenn nicht, tankst du mich voll. Jetzt mit dem ganzen Schiff voll mit den Waren, Alter. Und dann... Wie lange halten denn die Lebenserhaltungssysteme? Frage. Konsole links. Klar, wie man Sprit hat. Ein bisschen länger müssten die ja nur halten, oder? Verlassen. Boom. Ja, ist noch über die Hälfte Sprit drin. Also nur sieben Sprünge. Ein roter, kleiner Riese. Wähl ihn aus. Wähl ihn aus. Weg. Hier. Hä? Konsole links. Ich bin da im Frameshift, sorry. Ja, ich? Ich bin schon weg. Ich fliege jetzt nach. Lande, lande, lande. Verlassen. Lande. La, lande. 2, 9, 9, 1, 7. Ich komme. Nun, damit überquere ich jetzt, glaube ich, den Weg zurück. Wieder die Hälfte des Treibstoffs jetzt weg ist. Das heißt, ich kann... No way back. Was? Warum hast du so viel Treibstoff verloren? Der nächste Sprung ballert. Nach La Lande ist weit. So, nächstes LHS 3, 0, irgendwas. Ich werde erst mal scannig. Konsole links. Verlassen. So, jetzt dürften wir doch bald langsam mal ruhig ankommen. Hä? Hä? Ich bin ins selbe System... Hä? Hä? Ich bin wieder in dem System rausgekommen, wo du gerade warst. Ey, ich bin ins andere System gesprungen. Was? Konsole links. Irgendwas stimmt da auch nicht. Eranin? Jetzt ist da mal Eranin. Äh. Ausgeführt. Bei mir ist es D-End-Drabonis, das nächste Ziel. Und du bist bei mir, ne? Ja. Noch drei Jumps zu Eranin. Ich bin gerade im selben System rausgekommen, was ich gerade gescannt habe. Aber naja. Ich bin jetzt in Eranin. Hä? Du bist jetzt in Eranin? Ja, ich spring jetzt in Eranin. Bin jetzt gleich da. Ach, du springst jetzt. Ey, die Systeme, die so ein spezielles Dings haben... Spezielles Dings? Spezielle Waren. Da kommt immer Musik, wenn man reinspringt. Mal aufgefallen? Nee, das haben wir nicht. Hm. Gucken, wie die Station heißt. Azeban City. Konsole links. Azeban City. Verlassen. Auf in die Shitty. Ich hoffe, das reicht jetzt, um zu verballern. Wenn nicht, müsste man nochmal ein paar Systeme weiterspringen. Ja, das ist ja kein Problem. Einfach so ins Nichts oder so. Oder vielleicht von Azeban noch weiter nach Norden. Wäre natürlich schade, um das Geld, ne? Ja. Also, nee, wir müssen dann von hier weiter nach irgendwo hinspringen. Oh, jetzt bin ich wieder zu schnell gewesen. Ich habe nicht bei sieben Sek... Lieber Zuschauer, wie auch immer du heißt. Ich habe nicht bei sieben Sekunden... Wow, abfangen wir nur über... Ah. Interrupted. Ich wollte es vorhin auch nicht erwähnen. Das ist ja bisher noch nicht erwähnt... Äh, passiert ist. Bei Überlichtgeschwindigkeit ist die Scheuer um das Herz. Oder sind wir nicht mehr im Hüterraum? Nichts passiert. Ausgewicht? Nö, ich bin raus, aber nichts... Ist keiner da. Es geht los. Festhalten. Ja, das waren bestimmt wieder nur die Systembehörden. Die ärgern einen doch immer so. War kein Kontakt angezeigt. Merkwürdig. Oh, hier kreist um so einen richtig mies blauen Planeten. Kontrollpunkt? Was ist denn ein Kontrollpunkt? Kampfbereich heftig. Auf Aseban ist ein Kontrollpunkt. Was soll mal das sein, Mann? Scheiße, schon wieder so ein blöder Kubus. Bockwürfel. Bitte Erlaubnis... Weise Triebwerke deaktivieren. Wir befinden uns schon im Norma... Triebwerke laden auf. Abbruch. Sprung in den Hüterraum wird vorbereitet. Abbruch. Dann reden wir mal los. Abbruch. Bitte Landerlaubnis. Anfrage wurde weitergeleitet. 34, ich krieg heute nur die hohen Zahlen. Tja, so muss das schon. Oh, wieder ganz am Ende der Station, ey. Ihr seid doch alle bescheuert. Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk ausgefahren. Wieso? Ich bin der Meinung, gerade gelesen zu haben, dass das... das System hier kommunistisch... Scheiße, ich hoffe, wir können nur unsere Waren hier verkaufen. Und den Whisky können wir auf jeden Fall... Ah, die haben nur drei von dem Whisky. Wann hier war es gut verscheuert? Mh, 6700, nee. Eredan ist scheiße. Die haben auch nur drei. Eredan? Die Haut können wir auch nur für 1.000 verkaufen. Den Bourbon auch nur für ein paar mehr. Wir müssen weiter nach Norden. Hoch. Also Norden, also auf der Karte, die wir im Internet haben, Norden halt. So. Mehr Abstand gewinnen. Eredan? Rosani. 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 Merkt ihr mal Rosani? Das ist aber arschweit weg, du. Es muss doch weit weg sein, denke ich. Ja. Wir haben kein Sprit mehr auf der Hälfte. Das ist das Problem. Er zeigt mir hier an. Wir müssten in Katu-Ninggi zwischenstoppen. Und dann weiterfliegen nach Rosani. Das sollte aber eigentlich reichen. Von der Entfernung her. Ich gucke noch mal auf der Karte. Wir von Rosani. Rosani nach Sia. Bist. B. Irgendwie irritiert mich, dass die Distanz hier in LS angegeben wird. Ja, ich glaube, die stimme auch nicht so ganz auf dem Routenplaner. Jetzt mal Rosani. Ah doch, das ist wie viel der Lichtsekunden der Market weg ist. Ach so. Wenn man da ankommt, sag ich. Ja. Okay. Also wenn wir nach Rosani wollen, müssen wir in... Da könnten wir, glaube ich, vieles verkaufen in Rosani. Für einen guten Preis. Das ist jetzt von hier 86 Lichtjahre entfernt. Das heißt Zwischenstopp in Katunginingi. Das siehst du dann. Oder so. Wenn du die Route nach Rosani planst, siehst du das schon. Und dann gucke ich mir mal die Systemansicht an. Von Katunginingi. Hier gibt es eine Station... Hui, Enterprise! Kommen wir mal bei dem Stern an. 400. Kann ich sehen, wie weit das entfernt ist? Weißt du noch, wo wir nach, Alter, ihr waren? Ja, da, wo wir jetzt sind. Boah, das wird bei mir ja gar nicht an der Verbindung angezeigt. Hä? Eranin? Eranin, ja, da sind wir doch gerade. Ach so, das hast du so willkürlich ausgewählt. Was habe ich willkürlich ausgewählt? Eranin. Nein, Eranin ist auf der Karte oben drauf. Also wenn du jetzt, ähm, die Dingskarte meinst. Ja, aber es hat ja keine vorgegebene... Bindung. Wie eine vorgegebene Bindung. Also, Alter, ihr ist nicht mit Eranin verbunden. Man Alter, ihr auswählt. Der zeigt ja doch dann, äh, gute Routen an. Automatisch. Ja, nee, ist nicht gebunden. Ich wollte einfach nur... Weit weg. ...möglich weit wegkommen. Hier, die ist doch nah. Oder? 39. Ja, nee, wir machen Zwischenstopp in einem anderen System, das da heißt... Keine Ahnung, was er jetzt hier schon wieder berechnet hat. Elvettiti. Das da heißt... Ja. Ja, sag mal. Heikel. Davanta. Erdgrätze. Da hab ich mich vertan. Ella Gangi oder so. Der Sekowski-Station. Können wir tanken. Ach, scheiße. Jetzt hab ich gar nicht berechnet. Oh, wie hieß das, wo wir hinwollten? Rosani. Rosani, genau. Und Ella, bla bla bla. Machen wir einen Zwischenstopp. Da berechnen wir hier erstmal hin. Okay. Schnellste Route. Ja. Elangai. So. So. Muss ich nochmal Eva aktivieren. Kann man Zwischenstopp? Eingeben? Oder? Nee, ich hab das dann ausgewählt. Und selber machen. Dann mach dann danach noch Rosani halt nochmal weiter. Ja. Und selber machen. Ist schon wieder soweit. Starten. Ja, Leute, wir sind, ähm, Zeit passt auch. Wir machen hier einen Cut in der nächsten Folge. Geht's weiter. Wir gucken mal, ob wir in Rosani ein paar Waren loswerden. Ich hoffe doch. In diesem Sinne, bis dann. Haut rein. Und du main bleib'n Daumen und so. Ich muss noch nicht auf die Uhr. Ich muss noch mal die Uhr. Ich muss noch mal die Uhr. Ich muss noch mal die Uhr.